Hallo Leute herzlich willkommen wieder bei Dead by Daylight und wir sind mit den guten Sachs mit dem Mike QLP mit dem Michi mit dem Sepp Bastian und wir spielen eine Runde und ich bin der Frosch der unglaubliche Killer und wir sehen uns ja ja habe ich auch schon gesehen so und wir sehen uns nach Ladebücher ich glaube ich das habe gar nicht bis gleich weiß ich nicht er sammelt schon für fünf jahre Fehmateriale bei mir leider durchgehen gehen das ohne Ladeballchen mittel Ladeballchen mein ich bin der Held sorry so au so geil alle drei auf einen Haken und da sind wir auf der Kultwind Farm all der Qual hey alle erst mal verteilen Squad verteilen ich lege den haben wir eigentlich als Gegner diesmal den Geist bestimmt ne nein was wirklich schlimm ich habe sowohl keine Kettensäge als auch kein Döhn 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 dann ist ja bestimmt der Fallenleger Bist du sicher? oh man man Alter bei mir ruckelt das Spiel gerade ein bisschen obwohl ich 30 habe so irgendwie bin ich gerade nicht in Form Alter was geht denn hier ab? so jetzt ist mein Werkzeugkasten schon im Arsch reichbar ein ja er ist der Fallensteller was guckst du in den Schrank? ich hatte irgendwie wieso Maike hat das gesagt? weil ich dich gesehen habe weil du am hier vorbeigelaufen bist und dann deswegen habe ich gedacht wie konnte es sein dass jemand weiter in den Schrank ich habe mich auch dreimal gerettet Leute ich erwarte natürlich dass ihr mich jetzt rettet ne ich habe mich auch dreimal gerettet vielleicht wenn ich Geld habe also natürlich wir haben hier ne Camper Bitch camp der bei dir? ich brauche nur 5 Sekunden um mich zu befreien camp der bei dir? ja der steht direkt vor mir so ne kleine Camper Bitch oh okay der kommt zu dir kommt zu dir kommt zu dir renn 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 ahaha haha woher sag ich dir? lol ernsthaft Ebi? ernsthaft? was? du bist an mir vorbeigelaufen lol ich habe nicht gesehen au er hat dich nur jetzt aber du bist der nächste gell? wirst du? yeah yeah ich wehr dich nicht was hinter dir? ein Stück na komm schau der Hacken ist auch schön guck mal hinter dir guck mal hinter da hinten bei dein Rinken äh doch nicht geht doch nicht in den Keller Michael ey steht jetzt genau vor mir Michael bin hinter dir komm mal zurück ja mach mal schnell mach mal schnell 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 nein das ging nicht ach man er war grad doch er war grad beschäftigt er hat ne Palette kaputt gemacht weil er das kann so Michael jetzt entweder du oder ich er ist weg gegangen ne jetzt steht er wieder vor mir na lol hast du mich hast du mich wolltest du mich verlassen schon? ja aber das wäre nix Leute macht die Generatoren ich schüger das so lange raus gut machen wir lol Aua scheiße ich hatte ich ach man Sebi ich will ok ich bin jetzt sofort tot Sebi komm du willst mich in den Keller bringen nein der sieht noch besser aus ja Leute ach ja irgendwo war Ah Keen Haus Keen Haus so wir suchen jetzt zwei nächste Opfer einer ist verlässt ist auch gut hit's ab Wir sind in Deutschland von links nach rechts Michi, geh doch weg vom Keller Michi, was machst du denn? Denkst du wirklich? Ich wüsste, wo Michi ist Ich wüsste, wo Michi ist, könnte ich ein bisschen verarzten Ach nee, kannst du mir auch nicht sagen Kannst du mir auch nicht schreiben, scheiße Michi ist ja wirklich beim Keller Michi, geh doch nicht Geh doch nicht in den Schrank Michi, ich komme zu dir Nein Sehr gut gemacht, Basti Komm, Michi opfert dich Dann kann der Basti durch die Falltür gehen Mich hab ich ja gesehen Weil der Michi heilt sich gerade selbst Das ist schon in Ordnung Kann er das? Ja, er hat einen Verbandskasten gefunden Aber Michi opfert dich Dann kann die Basti durch die Falltür entkommen Ihr habt schon Hä? Ich hab die gesehen, ja Also, ja, jetzt nicht sagen, wo die ist Wo ist das? In der Mitte des Feldes fast Also, da wo das Feld ist, da im Haus, hinterm Haus Da sind nur die Holzwände So, so Michi Oh, oh Michi, renn schnell aus dem Keller raus Er ist bei dir daneben, Michi Michi, geh doch nicht in den Schrank Wenn er jetzt in den Schrank guckt Bist du sofort down Na gut, Michi musst du wissen, ne Habe ich nicht, ah ja Okay So Ich weiß, musst du mir nicht sagen Oh, jetzt gibt's Ärger Er kommt da Ist der Haken Weil du gesagt hast, da ist der Bärenfaller Der Haken ist sabotiert Oder? Danke, Basti, dass du das verraten hast Papa ist da Ist das der sabotierte Haken? Hoffe ich nicht Komm Michi, wiggle, wiggle, wiggle Leider nein Weiter rechts ist der Basti Hallo, Basti Ach, leider Das war ein anderer Haken Oh, Basti Du schaffst es Ja, ich mach's in den Generator Da hinten, wer die Falle ist Ja Oh, Michi Das bringt mir nur mehr Zeit Oh, Michi ist tot Okay Michi hat das Struggeln verkackt Ja, Falsche Taste gedrückt Ja, ich hatte eben Statt Shift Habe ich die Feststelltaste gedrückt Deswegen hat er mich gekriegt Komm Spring in die Luke rein Obwohl Mach erstmal den Generator weiter Hm Im Keller versteht sich Da? Ah, da ist auch Ah, da auch Okay Nein, doch nicht in den Schrank Sitze Da musst du verkirre damit Ey Okay, dann höre ich jetzt auf Dann gebe ich den Sebi keine Tipps mehr Gut Sebi, ich darf dir keine Ich darf dir keine Tipps mehr geben Deswegen sag ich dir jetzt wirklich, wo er ist Er ist bei einem Auto Stimmt sogar Da war er So Verdammt Verdammt Doppeltverdammt Gut So Habe ich schon Okay Ist der Keller eigentlich immer in der Mitte der Map Ja Ne, das Ne, nicht immer Ist immer random, meistens Achso Beim Macheladenwesen ist er immer in der Mitte von der Map Das finde ich voll scheiße Das Überleben noch Hm Wo bist du? Mal hinter dich Er ist beim Auto, Sebi Wie gesagt, er campt da die ganze Zeit Weil, weil er da die Fallluke in der Nähe ist Hm Also suche ein Auto Soll Ja So Sebi Das war nix Das war schädlingsbevoll Allo Weißt du was das geile ist Wenn du verwundet bist und du krabbelst Kannst du auch noch in die Luke springen Ah scheiße Also Sebi Und manchmal frage ich mich Ob du wirklich blind bist Ich glaube du brauchst eine zweite Brille Du bist eben dreimal bei ihnen dran vorbeigelaufen Echt Ja Warte ich muss mir da immer so das Lachen verkneifen Boah wie mein Herz Echt Echt Der ist weg Wenn du Herzklopfen hörst verraten dich die Monster Äh die Raben Ja wenn du kein Herzklopfen hörst Dann verraten dich die Raben nicht Beziehungsweise sie machen schon Geräusche Und das hört der Mörder auch Aber wenn du Herzklopfen hörst Dann kommt beim Mörder noch so eine So eine schwarze Blase Weil sie haben so ein Rocky-Talki im Linken Oh was ist so Nein Alter wo ist der Geht's gut ne Gut ne Ok Alter wo ist der? Ja schon längst auf der anderen Seite der Map Debbie Du musst dich nicht melden, ich weiß dass ihr wollt Doch das stimmt aber wirklich, dass er schon längst bei der anderen Seite ist Mach mal einen Fehler Warte, sofort Ja komm mal, wenn man einen Fehler machen will dann kommt das nicht ne Ja Aha Am R4 Weiger Ja 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 Du kannst auch durch die Wände gucken, dafür sind die Ritzen da. Dass du mich dadurch nicht siehst, ist echt peinlich für dich. Was denkst du an den Freunden gerade lachen? Ich renne die ganze Zeit ums Haus rum, wie so ein Idiot. Sammy braucht jetzt meine Brille. Junge, guck mal gegenüber von dir, siehst du den Schatten nicht? Gegenüber von dir, ja, siehst du mich? Hallo, ich wink sogar. Ich wink sogar. Sammy, du brauchst eine zweite Brille. Du brauchst drei Brillen, die da aneinander stellen. Und noch eine Lupe davor. Wie er dir die ganze Zeit hinterherläuft und du das nicht merkst, ne? Du brauchst mich ja mit der Arschen, oder? Oh, Sammy, ey. Ich freue mich auch auf das Videoergebnis. Ja, ich auch. Du brauchst mich ja mit der Arschchen sehen. Du brauchst mich ja mit der Arschchen. Nein, da ist der Bärtschweb. Du bist voll verarscht, ey. Aufhaken, geht's nicht weiter, ich kenn die mit mich richtig. Links. 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 Rechts. Rappel links, Mario hüpfen, springen. Ja, durch, durch das Fenster, doch. Ja, ja. Oh mein Gott. Ey, ist das der sabotierte Haken? Aufhaken. Ja. Ich glaube, das war der sabotierte Haken. Ich glaube, der Haken ist sabotiert. So, schauen wir mal. Ich finde, das Wiggeln dauert immer viel zu lange. Was machst du denn da? Warum schmeiß ich runter? Oder so. Boah, Bock hab ich. Das Wiggeln dauert echt immer viel zu lange, ne? Was machst du denn da? Bin ich am Wissen. Bin ich leidend sehen. Ja. Junge, das... Ich komm voll aus dem Fakt, das Wesen. Weißt du ja. Scheiße. Alter. 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 Nein, ich hab gewusst. Ich hab gewusst. So lange. Lauf in die andere Richtung. Der andere Haken ist hier nicht sabotiert. Da kann er dich nicht aufhängen. Und jetzt lauf rechts. Lauf rechts. Jetzt hat er es. Fuck. Der ist immer unter mir. Hui. Hui. Miau. Ich bin eine Biene. Hui. Trank. Trank. Guck mal, dass der Kiste durchsucht sieht. Ja, Alter, geh jetzt direkt ran. Haha. Aber guck mal, der Haken ist auch sabotiert hinter dir. Na sowas. Hahaha. Hahaha. Diese Folge, der dich glaub ich. Hui. Huuuui. Huuuui. Huuu. Huuu. Nala. Huuu. 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 wo ist eigentlich diese scheiß luke da ist die luke ich hab die luke gesehen du musst dich frei ich schnau das gleich raus und dann lade ich das hoch als bei daylight random moment der tanzt um den baum das war's für heute